Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Kids German. Hey everyone and welcome back to Kids German. Heute sprechen wir über den Buchstaben E. Das E. Today we will talk about the German letter E. Das E. Kennst du Wörter, die mit E anfangen? Hmm. Elefant, richtig, super. Der Elefant, der Elefant. Kennst du noch andere Wörter, die mit E anfangen? Hmm, richtig. Ei, das Ei. Manchmal essen wir Eier zum Frühstück. Kennst du noch andere Wörter, die mit E anfangen? Zum Beispiel, was isst du gerne im Sommer? What do you like to eat in summer? Richtig, Eis, natürlich. Wir mögen Eis gerne. Das Eis. Welches Eis magst du gerne? Ich mag Erdbeereis und Schokoladeneis. Und du? Welches Eis magst du? Which Ice Cream do you like? Super. Dann, ich habe es gerade schon kurz erwähnt, ein anderes Wort mit E. Erdbeere, die Erdbeere. Ne? Ich habe gerade über das Erdbeereis gesprochen. The Strawberry Ice Cream. Das Erdbeereis. Erdbeere, die Erdbeere. Erdbeeren sind lecker und gesund. Magst du auch Erdbeeren? Ich mag Erdbeeren sehr gern. Kennst du noch ein anderes Wort, das mit E anfängt? Denk mal kurz nach. Es ist ein Vogel. Richtig. Und sie schwimmt gerne auf dem See. Vielleicht kennst du auch das Lied. Genau. Die Ente. Die Ente. Vielleicht kennst du das Lied. Entchen auf dem See. Alle meine Entchen. Richtig. Genau. Ente. Die Ente. Super. Jetzt wiederholen wir nochmal alle Wörter. Kannst du dich noch an alle Wörter erinnern, die mit E anfangen? Do you remember all the words we just talked about? Let's start with the letter E. Super. Also. Elefant. Der Elefant. Das Ei. Das Ei. Eis. Das Eis. Das Eis. Die Erdbeere. Die Erdbeere. Lecker Erdbeeren. Und Ente. Die Ente. Super. Das hast du gut gemacht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir über den Buchstaben F sprechen. Ja, dann nennen wir den Buchstaben F. Das F. Super. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Mach es gut. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen und bitte nicht vergessen, einmal Kids German abonnieren. Bis dann. Tschüss.